Hallo, ich bin Lydia und mit meinem neuen Album Tales of the Sea geht es musikalisch ans Meer. Mit drei großen Zyklen von Edward McDowell, Bernice Bloch und Gustav Sammerzö entführe ich euch in die abenteuerliche Welt der Ozeane und der Seefahrt. Die Stücke erzählen von Eisbergen und Meerestiefen, von großen Reisen und sternenklaren Nächten, von Unwettern und dem folgenden Sonnenaufgang über dem Meer. Während der Pandemie, ganz besonders im zweiten Lockdown, hatte ich unglaublich großes Fernweh. Ich saß viel vor YouTube und guckte Dokumentationen über das Leben auf und mit dem Meer, die Seefahrt und den Hamburger Hafen, das Tor zur Welt. Ich träumte mich auf großen Schiffen weit, weit weg. Und mir war klar, genau das möchte ich als nächstes musikalisch umsetzen. Das soll mein nächstes Album werden. Wir sind gerade in sehr herausfordernden Zeiten. Zeiten, die für meine Generation noch nie dagewesen sind. Und trotzdem darf die Musik, die Kunst und damit schlussendlich die Hoffnung nicht verstummen. In dieser Situation ist die Kraft der Crowd, also das Zusammenspiel von euch allen und möglichst vielen wichtiger denn je. Zusammen können wir dieses tolle Projekt auf den Weg bringen und gemeinsam auf große Seefahrt gehen. Schaut euch auf meiner Projektseite um. Dort könnt ihr die CD vorbestellen, ein Privatkonzert für euch und eure Freunde buchen oder aus den vielen anderen Dankeschöns auswählen, die ich für euch vorbereitet habe. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank.